Nalikasana ist eine Bezeichnung, für die den Lotussitz. Nalika ist die Lotusblüte. Nalika mit kurzem A ist die Röhre und Nalika ist die Stellung, ist die Blüte mit der Röhre, also die Lotusblüte. Nalikasana ist übrigens auch ein Name von Brahma. Nalikasana wird in manchen traditionellen Hatha-Yoga-Texten erwähnt, nicht genauer beschrieben, aber aus dem Namen ist klar, es ist der Lotus-Sitz. Gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel, so bist du in Nalikasana im Lotus-Sitz, der bekannter ist unter dem Namen Padmasana.